Oh nein, und jetzt? Oh, der hat mich rapport gefehlt. So, ein wunderbares Herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dayhunger The Trilogy. Und wir befinden uns hier in dem Staudamm. Sieht so aus wie ein Staudamm. Und wir sind in der letzten Folge hier mit einer Eisenbahn hergefahren. Oh Gott, ich wäre fast runtergefallen. Aber hier geht es nicht weiter. Der einzigste Weg scheint hier rein zu sein oder unter Wasser. Und wir finden mal gleich raus, weil... Hier ist zu. Das kann nur eins heißen und ich glaube, das ist die einzige Waffe, die wir unter Wasser abfeuern können. Also... Bin ich mal gespannt. Oh. Aber hier ist einer. Und da bricht jemand ein. Das sind die Zombies. Wir können oben nicht rein. Wir können nicht helfen und ich muss kurz auftauchen, weil ansonsten sterbe ich hier unter Wasser. Das klang definitiv... Ist hier oben jetzt offen? Ich kann es nicht sehen. Nein, es gibt aber Alarm. Und das Ding ist kaputt. Oh nein, und jetzt? Oh, der hat mir gerade doch gefehlt. Komm schon. Oh, er ist kaputt. Sehr schön. Und ich muss auftauchen. Huh. Okay. Schöne erste Minute an Action. 65, 75, 80, 82. Gut. Komme ich jetzt hier auch irgendwie rein? Ja. Oh mein Gott. Sehr schön. Aber ich glaube... Ah, da ist noch Leben. Und ansonsten? Turbine Control off. Okay. Und ich muss schnell an die Oberfläche. Sehr schnell an die Oberfläche. Oh, sehr schön. Licht. Oh, und ich habe Dynamit gefunden. Oh Gott. Geh schnell hier hoch. Ich komme hier nicht hoch. Oberfläche. Lass mich an die Luft. Huh. Okay. Okay. Da ist noch einer. Und du lebst ja immer noch. Geh mir doch fort. Hier ist zu. Okay. Sehr schön. Okay. Okay. Wir sind fertig. Track Control. Munition leben. Wir kommen immer noch nicht raus. Oh, sag mir jetzt bitte nicht. Ich muss... Oh mein Gott. Wo kommst du denn auf einmal her? Kabel. Und ich komme aber nicht hier raus. Aber ich würde hier gerne raus. Oh Mann. Wo muss ich denn jetzt hin? Sag mir doch bitte nicht, dass ich jetzt hier raus muss. Oh, da ist ja noch einer. Ach, sehr schön. Okay. Haben wir auch. Meine Frage ist jetzt, wie komme ich hier verdammt nochmal aus dem Wasser raus? Und warum ist da noch einer, der auf mich schießt? Ich gehe wieder auftauchen kurz. Hier ist ein Gate. Aber ich komme einfach nicht weiter, ne? Habe ich noch Munition für? Ja. Sehr schön. Ach, da ist ja noch einer. Oh mein Gott. Sehr schön. Sehr schön. Was mache ich denn jetzt? Wie komme ich denn jetzt in die Oberfläche wieder? Weil hier kann ich ja nicht hoch springen. Ich muss es nochmal von unten versuchen. Vielwahl habe ich hierbei ja nicht. Luft. Das geht ja auch nicht runter, ne? Ne. Weiter runter wäre ja auch nochmal schöner. Die Tür geht nicht. Die Tür geht nicht. Die Tür geht. Aber die geht nicht. Oder ist es hier ein Zeichen für den Dynamin? Sieht nicht danach aus, ne? Okay. Gut, aber meine Frage ist jetzt, äh, wohin? Ne? Kann ja nicht sein, dass es hier einfach nirgendwo lang geht. Vielleicht muss ich noch den Staudamm erhöhen oder weiter ablassen. Frage hierbei. Ach Gott, ich bin so dumm. Hier ist ein kleiner Gras-Strand. Ach, mein Gott. Ich könnte mich echt erschießen gehen. Okay. Komm halt an meiner Stelle. Aber warum geht die scheiß Tür auch nicht offen? Track Control. Ist es wieder grün? Super. Sehr schön. Hoppala. Kommt ihr hoch? Und weiter geht's. Wir haben kein Licht vorne dran, deswegen muss ich das einfach machen. Oh Gott. Hallo? Oh Gott. Ich bin doch kurz mal an einem hängen geblieben. Oh mein Gott. Okay, hier geht's tief runter. Uh. Ich könnte es auch gerne ein Stück vorsetzen. Dann anhalten. Hier scheint es keine weiteren Waffen zu geben. Aber gut, ich habe auch keine Munition mehr, die ich aufheben müsste. Ach doch, da war er. Und voran. Ich mag den Zug wirklich sehr. Mal gucken, wo es jetzt rangeht. Mehr Zombies. Wir messen eigentlich einiges nieder mit dem Zug. Oh oh. Ich sehe nichts mehr. Oh nein. Okay. Oh. Oh nein. Oh, und das war's bei der Endstation. Sehr schön. Gott, die sind echt stark, ne? Oh, mehr, mehr Viecher. Da ist ne Katze. Und ich kann hier nicht durch die Fässer durchschießen. Ach, da, von da oben schießt der. Hallo. Sehr schön. Oh mein Gott. Und noch mehr. Okay. Das habe ich nicht geschafft. Okay. Warum sind die so unglaublich stark? Und warum gibt es fast fünf Stück von dem an jeder Location? So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Jeder weitere. Jeder weiteren Angriff, in dem ich als sturze Beleidigung war. Du lebst ja immer noch. Das. Okay. Die sind eindeutig ein bisschen. Alter. Ach, dich habe ich vergessen, ne? Okay. Das ist nämlich eine eigene Schuld hin. Aber warum ist denn alles so stark? Warum kann ich alles denn mit... ...eineinhalb weniger Schüsse töten? Und das war immer noch nicht alles, ne? Es existieren immer noch welche. Von wo aber? Da oben. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, das war's jetzt mit den netten Überraschungen. So, ich hoffe, ich kann hier hoch. Ich hoffe, ich hoffe, ich kann hier hoch. Dank. Genau das, was ich gebraucht habe. Sehr schön. Die Lok hat dann hier vorne wohl Endstation endgültig. Nein, mein Freund. Nicht mit mir. Weißt du was? Aber ich treffe das doch sowieso nicht, oder? Doch, sogar. Tschüss. Sehr schön. Ich wäre gerne mit der Lok volle Kante durchgefahren, aber anscheinend nicht. Wo kommst du jetzt auf einmal her? Ich dachte, wir hätten alle Zombies aus dem Tunnel durchgefahren. Also, hat gemacht. Sieht nicht so aus. Was wir machen können, ist mit der Kiste aber hier hoch? Ernsthaft? Nein. Also, theoretisch, aber... ...da ist nicht genug Höhe, die ich erreichen könnte. Ah, aber hier drüben. Ich muss einmal rüber. Uh. Natürlich ist hier so wenig Platz, dass ich einmal um den Zug damit rum muss. An der Zombieleiche vorbei. Aber ich komme damit nicht über die Schienen. Okay, danke. Hier unten durch auch nicht. Hier würde ich ja tatsächlich noch drauf kommen. Wie kriege ich die Kiste darüber? Oder gibt es hier noch irgendwo einen Vorsprung? Sieht nicht danach aus. Deswegen suche ich halt gerade nach was anderem. Was ist mit dem Fenster? Das sieht doch sehr brüchig aus. Da würde ich sogar da aus, dass ich noch durchkommen. Ja. Stimmt sogar. Oh, das klingt nicht gut. Da sind meine Schwierigkeiten. Wie komme ich hier... Oh Gott, wo bist du? Hallo? Ach da. Hey. Ach nee, hier komme ich her. Hups. Äh, hier. PC-Gamer. Da ist ein Schädel drinne. Is he just drunk? Yours can be checked, New York. Okay. We hunger. Oh, nicht gut. Nicht angenehm gerade. Oh Gott. Hi. Hi. We hunger. Ja. Ich will es nicht bezweifeln. Aber... Irgendwie auch schon. Geh mir fort. Wo sind wir hier? Außer an irgendeinem Railway. Das gefällt mir auf jeden Fall nicht. Vielleicht gerade schon meine Waffe wäre leer. Aber das wäre schon echt früh. Gut, okay. Hier ist der Eingang. Aber da kommen wir nicht durch. Wo kommen wir der Lock sowieso nicht? Ich habe mich gerade eventuell ein bisschen erschreckt. Aber der Kopf hier drin ist ein netter Touch. Oh, nicht du schon wieder. Geh doch bitte fort. Hey. Ich habe genau das Fass getroffen, was mich eben getötet hat. Oh, geht mir fort. Oh, geht um. Bitte fort. Geh weg. Geh weg. Ihr seid noch nerviger als Headcrab, sowohl ihr Headcrab seid. Sehr schön. Heilung. Gut gebraucht. Hier haben wir ein Fireplace. Du lebst nicht mehr. Schade. Und hier ist ein Ripcage. Oh, und du lebst noch. Ups. Hast du übersehen. Und dich auch. Stopp. Geh fort. Okay. Wo sind wir? Gott, wo kommt das alles her? Oh, hi. Du auch noch. Und hier oben. Du auch noch. Gut. Sind wir im Bahnhof schon fertig? Oh, nein. Oh, mein Gott. 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 Okay, das macht vielleicht ein bisschen viel. Puh. Okay, ich sterbe in Teilen sehr oft. Wahrscheinlich ist das doch alles ein bisschen härter, als ich angenommen habe. Ich sollte das definitiv nicht unterschätzen alles. Oh, hier ist sogar noch ein bisschen Munition. Sehr schön. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir haben echt viel erlebt. Der Bahnhof ist auf jeden Fall noch nicht zu einer. Der geht noch ein ganzes Stück weiter. Aber ich würde sagen, wir sind hier bei der heutigen Folge fertig. Und ich hoffe, wie immer, euch hat diese Folge gefallen. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Auf Wiedersehen und ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.